ja moin willkommen zurück zu werden wir sind auf dem luftschiff letztes mal angekommen glaube ich ja und wir haben eine neue fähigkeit bekommen und zwar ups wir können jetzt daschen und dann nochmal in eine richtung springen und mit kommen wir an neue orte und hier muss man anscheinend die sicherheitssysteme deaktivieren zwei haben wir schon deaktiviert wie ihr sehen könnt und jetzt geht's drauf an drauf an jetzt geht es daran in letzten beiden zu deaktivieren so hierhin gekommen sind wir durch ein darum sieht man es ganz oben dieses komische runde ding das pink grüne durch einen dimensions riss in der öden höhle schauen was hier so geht hier müssen wir so hoch okay ich stehe nach das wirklich wenn es euch gefällt lasst gerne ein abo und einen daumen hoch da ich weiß nicht wie das schon mal gesagt habe wenn ja dann doppelt besser okay kampf war bei mir klar hat sich gebufft der lappen oh gott bang 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 nein nein die range von dm bang 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 das war es noch nicht natürlich du bekommst noch was ist es kap Okay, ist da irgendwie Buggy gerade? Wo nehme ich? Ah, shit. Tschüss. Das war's. Right? Okay, wir gehen erst mal runter, weil wir dann eine Abkürzung öffnen können. Was war das? Okay, Moment. Wie kommt man hier rein? Kriegt man hier irgendwie einen Teleporter? Hm, weird. Hey. Gib mir dein Leben, danke. Nein, fuck. Okay. Wieder irgendwas kaputt gemacht. Können wir wahrscheinlich wieder irgendwo weiter. What? Mach doch einen Wandsprung! Ach nee, kann... Wir können da nicht hoch. Nee, können wir nicht. Okay. Ah! Hier ist ein Schalter. Oh. Aber... Für was? Ach, für den... Ich... Ja, da oben sind Blöcke davor, aber wir können da nicht hoch. Können ja nicht mehrere Wandsprünge hintereinander machen. Müssen wir irgendwann anders, vielleicht noch mal hin. Äh, ja. Hier ist wahrscheinlich wieder ein Kampf. Wir laden mal auf. Ja. Da oben ist auch noch einer. Okay. Bam. Tschüss. I'm hit! Bam. Bam. Noch was? Ah, hier. Ach, du bist ja auch noch. Okay. Bum. Mhm. Bang. Alleine sind die halt... ...absolut easy, ne? Immer noch nicht. Oh, hier ist ein kleiner Mann. Oh, auf einmal hat der drei. Manchmal haben die drei Poise, manchmal einen. Können die irgendwie auch nicht entscheiden. Aber... Wow! ...wauuuh. Bam. Alter. Noch mehr? Tschüss. Jawohl. Jetzt, jetzt, äh... ...kampf vorbei und hier, genau. Einmal aufmachen. Das ist aber mir klar. Dann hier nach links. Okay, Sackgasse. Speicherpunkt. Dann ist hier wahrscheinlich der Kampf... Für eine derart unbeholfene Kämpferin bist du ganz schön weit gekommen. Wenn meine Crew mit solchen Taktik-Schlampereien besiegt werden kann, muss ich wohl ihr Training verbessern. Möchtest du diese Taktik-Schlampereien mal zu spüren bekommen? Oh, liebend, gerne. Aber so weit wirst du nicht kommen. Oh. Du schon wieder. Hey, was geht ab? Oh nein, du schon wieder. Oh, dann kennt ihr euch also. Ja, wir sind quasi beste Freunde. Dann muss ich euch ja nicht groß vorstellen. Gut. Übrigens, dafür schuldest du mir noch was. Ja, ja, das können wir später besprechen. Okay. Ach, die holt wieder ihre Minions, oder was? Yay. Bang, bang, bang. Gib mir das Leben, Minion. Bumm, 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 bumm. Mhm. Direkt hier die Heilerin killen. Schnell. Nein. Okay. Ist da noch eine Heilerin? Nee. Doch. Höre Mending, ja. Bäm. Und tschüss. Wir haben so viel Leben, ja, ey. Bumm. Mal Leben holen. Bumm. Okay. Oh Gott. Huff. Ach, wenn wir rote Haare haben, können wir den Spezialangriff machen. Jetzt habe ich es gecheckt. Wow, du bist seit unserem letzten Treffen ja noch viel cooler geworden. Das war vielleicht toll. Bist du diesmal gegen mich kämpfen, Feigling? Mh, nein. Zumindest noch nicht, aber bald ist es soweit. Wenn alles nach Plan läuft. Bis dann. Verdammt. Wer immer das auch war. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, was diesen Plan betrifft. Sektor, Sicherheitssystem deaktiviert. Okay. Jetzt haben wir drei von vier deaktiviert. Und diesmal gab es auch eine Meldung. Nicht wie bei dem dritten, da gab es, äh, zweiten, da gab es irgendwie keine Meldung. So. Äh. Da oben lang müssen wir nochmal, oder was? Ja. Hier haben wir die Fähigkeit bekommen. Äh, ja. Jetzt sind wir wieder in der Mitte. Ja. Nur noch nach oben links. Aber was? Hier konnten wir doch eben nicht weiter. Was war denn hier nochmal? Ach. Was war hier nochmal? Achso. Nee. Wir waren noch gar nicht da. Hä? Oder bin ich erstmal runtergegangen? Ich glaube, ich bin einfach erstmal runtergegangen, ne? All right. Nochmal ein Kampf. Fuck. Bam. Tschüss. Bang. Bang. Schlitz. All right. Jawohl. Ups. Hm. Das war mir klar, Minio. Hm. Hallo. Bang. Bro. Komm runter. So. Scheiße. Hallo. Bam. Noch ein. Ja. Ah, das ist wieder, äh, Mending. Ja. Die müssen wir weghauen hier. Da ist sie. Nein. Um. Jawohl. Ach, ich bin genau in den Schlag rein. So. Hallo. Und tschüss. Das war's. Warnung. Sicherheitssystem kompromittiert. Flugdeck freigegeben. Also können wir jetzt ganz nach oben, wa? Setz dich mal. Da oben können wir jetzt wahrscheinlich hin, oder? Ist hier noch irgendwo was? Nee. Okay. Schön. Das war ganz am Anfang die Tür, da konnten wir nicht rein. Die ist nämlich verschlossen gewesen. Autsch. Autsch. Why? Nein. Oder muss ich hier noch irgendwas freischalten? Nein. Warum sind die Schalter so weit weg? Dööö. So, speichern, man weiß ja nie, ne? So. Oh. Du bist keine x-beliebige blinde Passagierin, oder? Du bist aus einem bestimmten Grundtier. Die Hüllen, sag mir, wo sie sind. Hm, Hüllen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Wenn jemand auf diesen Inseln etwas über Asphodel und seine dämlichen Schergen weiß, dann einer von euch Kirchendeppen. Ihr seid doch überall. Weiß jedenfalls nichts. Dann solltest du schon mal zu dem Gott beten, dem dein Volk huldigt. Ach, ich war eigentlich nie sonderlich religiös. Okay. Okay. Alter. Junge. Nein, hallo! Achso, ich habe keinen. Natürlich mit Ads, man liebt es, beziehungsweise ich nicht. Ich habe doch ge... Äh, ja, hier rum... Nee! Okay, der ist halt absolut nicht schwer. Irgendwie nur ultra gepanickt, gerade am Anfang. Oh, jetzt muss man da nochmal hinlaufen. Okay, ist nicht weit. Oh Gott! The Captain! Mhm. Mhm. Oh Gott! Ja, das war klar irgendwie. Bam! Wie schnell greift er denn an, wenn er spawnt, Alter? Alter! Okay, den müssen wir schnell wegmachen. Das könnte eklisch werden. Ach, der wird aber auch getroffen. Hä? Okay. Ich fahre zu lassen. Okay. Ja. Okay. Jawohl. Und die konnte ich da gerade nicht auswählen. Leben! Okay. GG! Uh! Mhm, 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 mhm. Okay. Eine Projektion. Natürlich. Uh! Ah! Da ist aber ein Teil, was wir brauchen. Dann wusste er also die ganze Zeit Bescheid. Wenn sie eines dieser Schlüsselwappen haben, bedeutet das wohl, dass die Kirche von Aloe mit Asphodel zusammenarbeitet. Kritisches Sicherheitsproblem entdeckt. Sämtliches Personal wird aufgefordert, sich an Bord des nächsten Rettungsboots zu begeben. Giftgas wird freigesetzt. Giftgas? Das ist aber gar nicht nett. Verdammt! Schnell Wörner, schnapp dir den Kompass und kehre aufs Schiffs zurück. Aufs Schiffs zurück. Achso. Muss man gar nicht selber machen. Okay. Äh... Alright. Ah, anscheinend hast du eine neue Erinnerung erlangt. Woher weißt du das? Haupterinnerungen haben oft erhebliche physische Auswirkungen auf den Körper. Ich bin beeindruckt, dass du so viele gleichzeitig vertragen kannst. Es fühlt sich so komisch an, plötzlich zu wissen, wie man etwas tut. Als hätte ich es schon immer gewusst, obwohl das gar nicht stimmt. Ja, es hatte lange gedauert, diese Technologie zu perfektionieren. Denn das Muskelgedächtnis ist erheblich leichter zu implementieren als richtige Gedanken. Fällt es dir deshalb so schwer, dich an Dinge zu erinnern? Gut möglich. Hüllen wie ich sind auf dem Gebiet der Gedächtnismanipulation revolutionär. Die Seele ist letztendlich ja nichts anderes als eine Sammlung von Erinnerungen. Wenn ich diese Scheiben benutze, lese ich also die Seele von jemand anderem? Das hast du stark vereinfacht ausgedrückt, aber im Prinzip ja. Ich werde versuchen, nicht mehr daran zu denken. Okay. Legen wir nochmal zu der Insel. Sachen kaufen. Sachen kaufen. Jetzt können wir aber scheinlich auch noch woanders hin, wa? Warte. Schade. Vielleicht geht das, warte. Warte mal. Ja, das ist, warte. Warte. Nein. Nein. Jawoll. Uh, Mana-Teil. Können wir noch weiter hoch? Nee. Warte mal da. Nein. Nein. Das wollte ich nicht. Nein. 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 Ah, hier sind wer. Okay. Oh, what? Scheiße. Da war noch eine Erinnerung. Fuck. Da müssen wir nochmal hin. Hallo? in der stadt du hast die haupt erinnerung winkel spur der alten spurte während du nach unten oder oben drückst oder in den flugbahn zu enden ok hat man natürlich hier viel leichter hoch moment jetzt nicht was hier ist bist du könnte ich mit dir reden aber und noch so hin ok ok ich weiß nicht mehr wo der händler ist hier ist hier rein ja komm her junge stoß ist ein zauber bestimmte energie arten fokussieren ja und dann hier noch ein memory point was ist das die blüte anzeige fühlt sich schneller energie spender wollen das ist wahrscheinlich dieser krasse angriff gut dass es nie erklärt wurde irgendwie oder ich erinnere mich nicht oder ich habe keine ahnung sehr merkwürdig auf jeden fall wenn wir hier noch irgendwas machen irgendwo hin oder so hier ist nur er hier können wir hoch also da waren wir hier waren wir schon ok jo freunde ich würde sagen dann gehen wir beim nächsten mal in die pilzruine genau beziehungsweise in der öden höhle da gibt es ja noch mehr wege eins von beiden pilzruine oder wir probieren anderen weg in der öden ruine öden höhle aus genau jetzt gehen wir noch einmal links um zu speichern hallo hallo warte moment 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 dann doch hier nein nein yes genau das wollte ich gesundheitsteil ja ah jetzt warte mal können wir hier auch hin hier war auch noch was geilo noch mal geld auch und hier auch erinnerungspunkt ist das j um noch mal zum schiff zurück schön speichern alles klar ja nächstes mal noch mal öde höhle oder pilzruine und wir können jetzt noch ganz bei der pyramide können wir wahrscheinlich jetzt auch weiter gucken wir mal was wir nächste mal machen vielen dank für's einschalten lasst einen daumen nach oben und ein abo da wenn es euch gefallen hat würde mich sehr freuen bis zum nächsten mal tschüss